Und das ist der Beweis, mit dieser neuen Strategie habe ich innerhalb nur eines Tages über 500 Euro verdient und du kannst das auch als absolut faule Person ohne jegliche Vorerfahrung und du musst noch nicht einmal dafür ein Gewerbe anmelden. Alles das im Detail, wie du mit Copy-Paste, mit einem Mausklick ganz genau so erfolgreich sein kannst, das erfährst du jetzt hier in diesem Video Schritt für Schritt. Hallo, hier der Steve von Geniale Geld Ideen. Ich habe sage und schreibe 500 Euro an einem einzigen Tag verdient mit dieser brandneuen Strategie und ich werde sie Schritt für Schritt in diesem Video erklären, sodass du es eins zu eins nachmachen kannst. Hier siehst du den Beweis 505 Euro und 37 Cent waren es ganz genau. Und ich zeige dir in diesem Video, wie du ohne jegliche Erfahrung mit einem einzigen Mausklick diese Erfolge kopieren kannst und so durchschnittlich bis zu 3000 Euro Gewinn in einem einzigen Monat machen kannst. Und das Geheimnis ist Copy-Trading, also Auto kopieren. Ich trade für dich und das mache ich mittlerweile seit über zwei Jahren und du drückst einfach nur einmal auf einen Knopf, nämlich auf Auto kopieren und in dem Moment kopierst du jeden einzelnen Trade, den ich mache. Du brauchst keine Erfahrung im Trading, du musst keine Erfahrung in der Börse haben, sondern du musst nur meiner Strategie mit einem einzigen Mausklick folgen. Wie du das machst, das erfährst du jetzt. Am besten klickst du gleich einfach mal unten in der Videobeschreibung auf den Link. Da kannst du dich komplett kostenlos bei Naga registrieren. Wie genau das funktioniert, da musst du ein paar Fragen beantworten, damit du das auch tun kannst. Das zeige ich dir gleich im weiteren Verlauf dieses Videos. Also Schritt 1 ist, du meldest dich ganz einfach kostenlos an und kannst dann einfach meine Erfolge kopieren. Und warum sage ich, das ist eine neue Strategie? Weil ich mittlerweile meine komplette Strategie, meine Trading-Strategie angepasst habe, sodass du noch mehr Gewinne bei noch weniger Risiko erzielen kannst. Sobald du dich angemeldet hast, kannst du in der Maske bei Naga ganz oben links in die Suche gehen und gibst dort geniale Geldideen ein. Findest du hier das kleine Häuschen mit dem Daumen, dem grünen Daumen nach oben. Geniale Geldideen. Das ist mein Account und kannst dir angucken, was ich da so treibe. Und dann kannst du mich ganz einfach 1 zu 1 kopieren. So sieht mein Account aktuell aus. Und du kannst vorher eben schauen, wie viele Trader es dort gibt und welche Trader besonders gut oder schlecht sind oder welche Trader zu deiner Methode und zu deiner Strategie passen. Und du siehst hier alleine in dieser Woche und die Woche, wo ich dieses Video jetzt aufzeichne, habe ich lediglich 72 Trades geöffnet und wieder geschlossen und damit mittlerweile schon fast 1000 Euro verdient. Und das ist schon der große, wichtige Bestandteil meiner neuen Strategie. Denn ich öffne und schließe nicht 200 Trades pro Woche, sondern wesentlich weniger und mache mit jedem einzelnen Trade viel, viel mehr Gewinn als noch vor einigen Wochen. Warum mache ich das? Damit ihr, wenn ihr mich kopiert, weniger Risiko, weniger Gebühren, aber viel, viel mehr Gewinn habt mit jedem einzelnen Trade. Du kannst dir hier meine Statistiken anschauen und da siehst du, dass ich, seit ich hier meine Tradingkarriere begonnen habe, im Jahr 2022 und damals hatte ich exakt 6000 Euro Startkapital eingezahlt, ich habe nie einen einzigen Cent nachgezahlt, es geschafft habe, innerhalb dieser Zeit meinen Gewinn. Und zwar, das ist der realisierte Gewinn durch meinen Trading auf über 45.000 US-Dollar anzuheben, also etwa 45.000 Euro. Und das Schöne ist, ich mache das nicht alleine und profitiere nicht alleine davon, sondern ich habe auch Kopierer. Viele von euch sind in diesem Community-Projekt dabei, kopieren mich und du siehst, ich habe mittlerweile viele, viele Millionen, genau, sogar schon über eine Milliarde US-Dollar in den letzten Jahren verwaltet. Das heißt, ich habe eine Riesenverantwortung für euer Geld, für euer Vermögen. Und das Wichtige ist, ihr habt immer aktuell noch gute Gewinne durchschnittlich, die ihr erzielt, wenn ihr mich kopiert. Das Schöne dabei ist, wenn du jetzt beginnst, mich zu kopieren, dann wirst du keinen der alten, offenen Trades, die noch momentan nicht geschlossen wurden, übernehmen, sondern kannst quasi auf der grünen Wiese beginnen und hast dann die Möglichkeit, das siehst du ja an den offenen bzw. geschlossenen Trades, richtig viel Kohle mit einem einzigen Trade zu machen. Alleine hier am 15. Mai habe ich 36 Trades geöffnet und erfolgreich wieder geschlossen. Und ich mache es immer so, dass ich maximal zwei bis drei Trades offen habe. Jeder Trade investiert etwa 500 bis 600 Euro. Mehr habe ich nicht parallel offen, sodass du auch mit relativ geringem Kapital dabei sein kannst und mich kopieren kannst. Und ich habe es geschafft, dann an diesem einen Tag über 500 Euro Gewinn zu machen, realisierter Gewinn. Und du siehst, das sind nicht hier Kleckerbeträge, wo du 1 Euro oder 1,10 Euro pro Trade generieren kannst, sondern das sind hier 15 Euro, 14 Euro, 25 Euro mit einem einzigen Trade, die hierbei rausgepurzelt sind. Und ich schließe auch Trades im Minus, denn ich arbeite mit einem sogenannten Stop Loss. Das ist wichtig für dein Risikomanagement. Das heißt, es bleiben Trades nicht ewig offen und gehen dann extrem weit ins Minus. Seit dieser Strategiewechsel ist das eben nicht mehr der Fall, sondern ich schließe auch rechtzeitig Trades, wenn sie eben zu weit ins Minus gehen sollten. Und hier siehst du hier einen Trade, 43 Euro Gewinn mit einem einzigen Trade. Und das kannst du ganz einfach 1 zu 1 kopieren. Und dazu gehst du ganz einfach auf mein Profil, musst dann ein kleines bisschen Geld einzahlen, damit eben mit diesem Geld getradet werden kann. Dann siehst du hier auf der linken Seite etwas über mich, wer ich bin, was meine Empfehlungen sind, mit wie viel Geld du mich kopieren kannst. Wenn du allen Trades, jeden einzelnen Trade, den ich öffne, kopieren möchtest mit 100%, sodass du im Grunde gar nichts mehr tun musst, dann solltest du 12.000 bis 15.000 Euro einzahlen. Das ist natürlich viel Geld, das weiß ich. Deswegen kannst du auch schon mit 1.000 Euro Startkapital beginnen. Dann kopierst du lediglich 50%. Das heißt also, wenn ich einen Trade mit 500 Euro eröffne, dann kopierst du mit 50%. Du würdest also von deinem Kapital nur 250 Euro einsetzen und hast dann den halben Einsatz, hinterher auch den halben Profit. Wenn ich also dann 60 Euro mit einem Trade Gewinn mache, und das habe ich in den letzten Wochen durch die Strategieänderung sehr häufig gemacht, dann hättest du eben noch 30 Euro Gewinn mit einem einzigen Trade. Das heißt, wenn der Trade geschlossen wird, dann kriegst du dein Kapital, was du eingesetzt hast, in diesem Fall die 250 Euro wieder zurück, plus die 30 Euro Gewinn auf dein Konto gutgeschrieben. So funktioniert das Trading. Dann scrollst du einfach hier runter, klickst auf Auto kopieren, wählst dann eben 50 oder 100%, je nachdem wie viel Geld du einzusetzen bereit bist, und schon geht das Ganze komplett automatisch los, und du kannst meine Gewinne 1 zu 1 kopieren und profitieren. Ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, was dir andere Menschen auf YouTube nicht verraten, das ist, was der ganze Spaß denn kostet. Denn wenn du kopierst, dann zahlst du Gebühren an Naga, da habe ich nichts von, sondern das ist sozusagen die Gebühr, damit du mit einem einzigen Mausklick erfolge und natürlich auch Verluste, wenn es welche gibt, kopieren kannst. Und da ist es so, dass du eben beim Gewinn von bis zu 10 Euro für einen Trade eine feste Gebühr von 99 Cent bezahlst, und bei Gewinnen über 10 Euro zahlst du auch diese feste Gebühr plus 5% auf den letztendlichen Gewinn. Das ist immer noch sehr, sehr profitabel. Nur ein kleines Beispiel, wenn du also hier 100 Euro eingesetzt hast in einem Trade, am Ende hast du dann 4,25 Euro Profit gemacht, dann zahlst du 99 Cent Gebühr, die wird automatisch abgezogen, und auf deinem Konto landen dann eben 103,26 Euro wieder zurück. Zurück hast du also dann einen reinen Profit von 3,26 Euro gemacht. Und wenn du jetzt hier 100 Euro eingesetzt hast und du hast aber 37,35 Euro Gewinn gemacht, solche Trades habe ich sehr, sehr häufig durch die Strategie Änderung, dann zahlst du auch die 99 Cent plus 5% auf diesen Gewinn, sind 1,87 Euro. Das kombiniert wird dann von diesem Gewinn abgezogen, und dann ist dein Gesamtgewinn eben 134,49 Euro, also ein Reingewinn von 34,49 Euro. Und das ist eine ganze Menge Geld mit einem Trade. Und wie du hast ja gesehen, ich habe nicht nur einen Trade pro Tag, sondern so 20 vielleicht oder 30, sodass auch du komplett automatisiert 500 Euro pro Tag ganz einfach verdienen kannst. Wenn du mehr zu meiner Strategie wissen willst, dann guck mal auf den Community-Tab hier bei YouTube. Da veröffentliche ich jede einzelne Woche, und zwar seit Jahren mittlerweile, meine Ergebnisse. Das siehst du hier in den Wochenberichten vom Naga Copy Trading. Alle, die Kopierer sind und auch die, die noch keine Kopierer sind, können sich hier komplett transparent über meine Strategie informieren. Du siehst, hier habe ich meine Strategie komplett verändert. Ich öffne nicht mehr 200 Trades, wo du dann 200 Euro Gebühr bezahlst pro Woche, sondern vielleicht nur noch 80. Das heißt, du hast nur 80 Euro Kopiergebühr, die an Naga geht, hast aber mindestens die gleichen, teilweise sogar noch viel, viel höhere Gewinne als noch vor wenigen Wochen. Das heißt, es ist noch attraktiver, wenn du jetzt loslegst. Hier siehst du zum Beispiel am 25. April habe ich 70 Euro mit einem einzigen Trade Gewinn gemacht. Hier ebenfalls in der gleichen Minute sogar nochmal 71. Das heißt, innerhalb von 2 Minuten 140 Euro Gewinn an einem einzigen Tag. Also es lohnt sich. Du siehst hier alle offenen Trades. Du siehst meine genauen Strategien, was das, was ich vorhabe, wie sich die Märkte verändert haben, die Bilanz und natürlich sämtliche Wochenberichte verlinkt aus den Monaten und Wochen zuvor. Das ist eine richtig lange Liste, sodass du hier auf jeden Fall dich ganz in Ruhe informieren kannst und weißt, worauf du dich einlässt. Denn ich habe nichts zu verbergen. Es ist mir sehr, sehr wichtig, dass du weißt, wenn du Geld investierst, was da passieren kann. Und es kann sehr viel passieren. Das hast du ja mal an meinen Ergebnissen gerade gesehen. Also klick unten auf die Videobeschreibung, auf den Link, melde dich kostenlos an bei Naga. Dann wählst du eben einen Trader aus, im Idealfall mich. Dann legst du den Betrag fest, beziehungsweise den Prozentsatz, mit dem du kopieren möchtest, klickst auf Auto kopieren und schon ist alles erledigt. Würde mich total freuen, wenn du dabei wärst. Und jetzt steigen wir Schritt für Schritt ein, damit du genau weißt, was passiert, sobald du dich registriert hast, wie du mich kopierst und vor allem, wie du die Fragen beantwortest, die es dir erlauben, sofort dein erstes Geld einzuzahlen und noch am selben Tag, wenn du willst, sogar schon heute, ebenfalls Autokopierer zu werden. Und dafür musst du im nächsten Schritt eben das Geld einzahlen und dein Konto in ein Echtgeldkonto verwandeln. Und das machst du, indem du hier oben ganz einfach auf den Bereich eröffne ein Depot und schalte alle Funktionen von Naga frei, klickst jetzt Hochstufen. Und dieser Schritt ist sehr, sehr wichtig, denn ich verrate dir jetzt die Lösungen für die Fragen, die bei Naga und von Naga gestellt werden, damit die Ergebnisse entsprechend dir ermöglichen, sofort loszulegen und mit dem Kopieren zu beginnen. Und dafür klickst du auf Verifizierung beginnen. Und hier bestätigst du erstmal dein Herkunfts- und Zielland des Geldes, was du dann wohl einzahlen wirst. Das kann Deutschland sein. Du kannst aber auch von jedem beliebigen anderen EU-Land aus das machen. Du musst also nicht die deutsche Staatsbürgerschaft haben, um mich zu kopieren. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Also egal ob Deutschland oder Österreich oder meinetwegen auch Italien und Co. Alles das ist möglich. Dann klickst du auf Fortfahren, gibst an, ob du eine politisch exponierte Person bist, also ein Politiker oder so etwas. Nein, das ist in der Regel nicht. Wenn du eine Steueridentifikationsnummer hast, dann klickst du auf Ja. Wenn noch nicht, dann eben nein. Bist du in Deutschland steuerlich ansässig, dann wählst du hier eben Germany aus und gibst deine Steuer-ID ein. Bist du aus steuerlichen Gründen in den USA ansässig? In der Regel nicht. Dann gibst du an, wie dein Wissensstand zu gehebelten Produkten ist. Da kannst du angeben, entweder kein Finanzwissen oder vielleicht hast du schon den einen oder anderen Trading-Kurs gesehen oder YouTube-Videos, dann kannst du auch das entsprechend angeben. Wie oft hast du im letzten Jahr mit Aktien oder ETFs gehandelt oder in ETFs oder Aktien investiert? Wenn du schon ein Depot hast, dann hast du garantiert hier so ein bis zehn Transaktionen. Also hier gibst du an, wie viele du hast. Je mehr Erfahrung du hast, umso schneller wirst du freigeschaltet, um sofort kopieren zu dürfen. Wenn du in CFDs investiert hast oder andere Hebelprodukte im letzten Jahr, dann gibst du das auch entsprechend hier an. Und wenn du schon mal eine Kryptowährung gekauft hast, zum Beispiel Bitcoin oder Ethereum oder so etwas und wie häufig, dann gibst du das hier ebenfalls in dieser Maske an. Und dann kommen die berühmten Naga-Fragen und deswegen ist es ganz wichtig, dass du jetzt ganz genau aufpasst und da wirst du sogar noch ein bisschen was lernen, wie gehebelte Produkte funktionieren. Kurzer Hinweis dazu, was ist überhaupt ein Hebel? Das bedeutet im Grunde nichts anderes, als dass du einen bestimmten Betrag investierst und der Broker, also in diesem Fall Naga, das sozusagen aufstockt. Das heißt, wenn du nur 100 Euro investieren würdest, aber einen Hebel von 1 zu 10 hast, dann würdest du mit dem Zehnfachen handeln können. Also am Markt würdest du agieren, als hättest du nicht 100 Euro, sondern 1000 Euro investiert. Das heißt, 900 Euro gibt dir sozusagen der Broker zur Verfügung zum Traden, leiht dir sozusagen dieses Kapital. Und das ist sehr, sehr gut, weil du nur wenig Geld investieren musst, aber mit dem Zehnfachen in diesem Beispiel handeln kannst. Das heißt, du hast die Zehnfachen Gewinne, aber, und das ist das Risiko beim Hebeltrading, du hast natürlich auch die Zehnfachen Verluste. Und dann ergibt sich die Antwort auf diese erste Frage ja auch schon von alleine. Der Markt bewegt sich um 3%. Der Handel mit welchem Hebel würde zum größten potenziellen Gewinn oder auch Verlust führen, ist logischerweise der höchste Hebel. Wenn du hier nämlich mit 1 zu 2 hast, würdest du das Doppelte mit dem Doppelten handeln, hättest also den Doppelten Gewinn, wenn der Markt sich um 3% bewegt. Wenn du aber mit 1 zu 33 handelst, dann hättest du natürlich den 33-fachen Gewinn, wenn sich der Markt nur um 3% bewegt. Also ist diese die richtige Antwort. Wenn dann Hebel 1 zu 100 ist, wie hoch ist dann die benötigte Margin für ein Lot, also 100.000 Euro an den US-Dollar? Das klingt komplizierter, als es ist. Ein Lot ist also eine Investitionsgröße, es sind 100.000. Und dann ist die Frage, wie viel Kapital musst du im Grunde investieren, um auf 100.000 zu kommen, wenn dein Hebel 1 zu 100 ist. Das ist ganz, ganz einfach. Kannst du ja zurückrechnen, wenn der Hebel 1 zu 100 ist, handelst du mit dem Hundertfachen, rechnest also einfach die 100.000 durch die 100. Also 100.000 durch 100, weil du einen hundertfachen Hebel hast. Das sind dann also 1.000. Also musst du 1.000 einzahlen. Das ist also die benötigte Margin. Welche Art von Schließungsauftrag kannst du wählen, um die Verluste beim Trading zu begrenzen? Es gibt eine Möglichkeit, eben automatisch einen sogenannten Take Profit zu setzen. Das bedeutet, du steigst automatisch aus einem Trade aus, sobald ein bestimmter Gewinn beispielsweise erzielt wurde. Es gibt einen Stop-Loss-Auftrag. Das bedeutet, der Trade wird automatisch geschlossen, sobald ein bestimmter Verlust erreicht ist. Also diese beiden gibt es. Aber um die Verluste zu begrenzen, musst du natürlich einen Stop-Loss-Auftrag setzen. Also beim Verlust wird gestoppt. Wie viel musst du bezahlen, um 1.000.000 Euro USD über ein Konto mit einem Hebel von 1 zu 50 zu kaufen? Auch das ist super einfach. Hier gehst du eben von der Million, rechnest die 1.000.000 durch 50.000 sind also 20.000. 20.000 mal 50 sind 1.000.000. Der Markt bewegt sich gegen dich und dein Konto hat einen Stop-Out-Level von 50%. In welcher der folgenden Situationen erfolgt ein Stop-Out deines Kontos? Ein Stop-Out ist eine Sicherheitsfunktion. Das heißt, es werden offene Trades automatisch, wenn deine Margin, also sozusagen der Puffer, den du noch übrig hast, auf deinem Konto einen bestimmten Wert unterschreitet, damit du eben nicht mehr verlierst, als du auf dem Konto hast. Und wenn dieser Stop-Out eben bei einem Level von 50% passiert, dann wird das ganze Konto eben ausgestoppt, wenn das Kontokapital 50% der eingesetzten Marge erreicht. Und dann musst du noch so ein paar zusätzliche persönliche Daten angeben, die dann nicht mehr so schwierig zu beantworten sind. Bist du angestellt, selbstständig, im Ruhestand oder arbeitslos? Dann kannst du hier die Branche auswählen, in der du tätig bist. Und gibst an, wo das Geld denn herkommt, was du beinahe investieren möchtest aus Rente, Investitionen, aus Ersparten. Und da gibst du einfach das an, was dir am meisten entgegenkommt. Das führst du alles nach bestem Wissen und Gewissen aus. Du musst dann hier angeben, wie viel Geld du innerhalb eines Jahresplans auf dein Naga-Konto einzuzahlen. Wenn du mich kopieren möchtest, dann musst du weniger als 10.000 oder zwischen 10.000 und 20.000 einzahlen, je nachdem, ob du mich mit 50% mit 1.000 Euro kopieren möchtest oder eben mit 15.000 Euro. Dann solltest du das hier auswählen. Du entscheidest, ob du per Banküberweisung, Kreditkarte oder E-Ballet das Geld einzahlen möchtest. Und kannst dann hier entscheiden, was du machen möchtest, womit du traden möchtest. Währungen, Aktien, Anleihen, ETFs, Rohstoffe und Indizes oder Kryptowährungen. Da ich ab und zu mit allem mal was ausprobiere, kannst du natürlich auch hier gerne alles auswählen. Und vermutlich möchtest du hier als Trading-Ziel ein zusätzliches Einkommen generieren. In der Regel halte ich Position weniger als eine Woche. Also das ist das, was du hier auswählen solltest. Hier kannst du auswählen, welches Risiko du im Vergleich zum erwarteten Gewinn in Kauf nehmen würdest. Und hier kannst du irgendwas in der Mitte auswählen. Dann gibt es noch die Informationen an, die auf deinem Personalausweis bzw. Reisepass zu finden sind. Und ob du männlich oder weiblich als Geschlecht im Pass entsprechend angegeben hast. Gibst dein Geburtsdatum an. Die Adresse deines Wohnsitzes. Und die Währung für dein Handelskonto. Das ist in der Regel Euro. Dann gibst du hier noch die Nummer deines Personalausweises oder Reisepasses an. Klickst auf Fortfahren. Dann musst du bestätigen, dass du die allgemeinen Geschäftsbedingungen auf der Seite Rechtsdokumente gelesen hast und verstanden hast. Und dich an diese hältst. Die kannst du hier finden. Einmal draufklicken. Durchlesen. Und dann auf Ich-Stimme zuklicken. Und schon ist alles erledigt. Mit diesen Antworten ist dein Konto als fortgeschritten, kategorisiert. Du hast also vollen Zugriff auf alle Naga-Produkte. Kannst alles machen. Und kannst du jetzt direkt bis zu 2000 Euro auf dein Konto einzahlen. Das reicht um mich schon mal direkt zu kopieren mit 50%. Aber du solltest dann dein Konto danach noch verifizieren. Möglichst innerhalb von 15 Tagen. Ansonsten kannst du jetzt hier direkt Geld einzahlen. Oder eben später deine Identität verifizieren. Dann musst du deinen Personalausweis einmal hochladen, um zu bestätigen, dass du wirklich du bist, um mit mehr Kapital zu handeln. Und last but not least. Und zahlst du dann jetzt das Geld ein, was du benötigst, um mit dem Kopieren zu starten. Und du wirst automatisch hier in diese Maske weitergeleitet. Noch habe ich hier kein Geld auf meinem Konto. Du klickst auf Einzahlung und kannst dann hier entscheiden, ob du über eine Kreditkarte das Ganze machen möchtest. Du musst dort mindestens 227 Euro einzahlen. Du zahlst dafür keine Gebühren. Innerhalb von 10 Minuten ist das Geld da. Und du kannst sofort loslegen. Du kannst es auch über eine Banküberweisung machen. Das dauert in der Regel ein bis zwei Tage. Oder per PayPal. Das ist in der Regel in 10 Minuten erledigt. Also diese Möglichkeiten gibt es alles. Du klickst einfach hier drauf. Wählst die Währung aus. Und dann hier zum Beispiel die 1000 Euro, um mich zu kopieren. Vielleicht ein bisschen Puffer, ein bisschen mehr. Du klickst auf Einzahlung. Und wirst dann direkt zu PayPal weitergeleitet, um diese Einzahlung vorzunehmen und sofort loszulegen. Und der letzte Schritt ist dann, wie ich es gerade schon erklärt habe, auf meinen Account Geniale Geldideen zu gehen, auf die linke Seite zu schauen und dort auf Autokopieren zu klicken, um sofort meine Trades zu kopieren und passiv Geld zu verdienen. Also klick am besten jetzt direkt auf den Link unten in der Videobeschreibung. Registriere dich kostenlos. Es wäre toll, wenn wir dieses Community-Projekt auch noch über weitere Monate weiterführen. Ich werde auf jeden Fall dabei bleiben. Versuche so viel und so gute Erfolge für euch zu erzielen, wie es nur möglich ist. Und wenn du sagst, ich möchte noch einfacher Geld verdienen, komplett passiv mit einem genialen Bot, dann klick mal auf das Video, was ich dir links verlinkt habe. Da zeige ich dir, wie ich es geschafft habe, innerhalb von nur 10 Tagen 8000 Euro Gewinn zu machen. Kein Scam, keine Lüge, sondern echter Beweis in diesem Video. Klick einfach mal rein und du wirst dich wundern, wie einfach es ist, online Geld zu verdienen.